Flüchtlingskrise, Euro-Krise, Brexit, Brexit. Wir alle spüren, in Europa, in der Europäischen Union, haben wir so viel Streit wie nie. Europa ist unter Spannung und viele fragen sich, wozu ist Europa eigentlich noch gut. Und ich finde es wichtig, dass wir vielmehr auch über die Vorteile von Europa reden. Gerade bei uns im Münsterland an der niederländischen Grenze haben wir gelernt, was offene Grenzen Positives bedeutet. Aber wir lernen in diesen Tagen auch, wir müssen kämpfen, dass wir diese offenen Grenzen behalten können. Vor allem, indem wir eine sichere EU-Außengrenze bekommen, indem wir an der griechisch-türkischen Grenze vor allem endlich zur Sicherheit kommen. Was ist für euch Europa? Was macht Europa aus? Wie kämpfen wir jetzt am besten für Europa? Das würde ich gerne wissen.